Binnie, binnie, bin hier. Herzlich willkommen im Peppa Pig Land. Hallo zusammen, ich bin Peppa Pig. Und das ist mein kleiner Bruder, Schau. Wir machen die kleine Bruder. Ich gehe kurz. Ich habe einen Bl CSK. Ich habe einen Blasen. Das ist die kleine Bruder, Schau. Hier ist der Pfeffer, ne? Hier war ein Schatz. Keggy! Keggy! Einst du? Das ist ein Pirat! Das ist ein Pirat! Applaus für dein Pirat! Oh! Da kommt die Schweste, die Beentheilung. Und noch ein Beentheilung. Das ist ja schön! Das ist ja schön! Denkst du noch? Wie geht das? Das liegt zum Mädchen zum Nacken. Oh, 小iges Mädchen! Oh mein! Erschneidig! So! Sehr schön! Sehr schön! So gerne, ganz toll. Das war's. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Dörfchen, guck mal, Dörfchen. Dörfchen, guck mal, Dörfchen. Ich setze mich gerne auf die Wiese und genieße die Aussicht auf die Esterbahn auf der anderen Seite des Sees. Ich werde beide fallen. Ach meine Majas, die verstehen es an, in den Kopf zu verdrehen. Dadurch seht ihr, was ich meine. Ihr könnt euch im Kreis den Kopf überhängen und dann mal dabei. Hier seht ihr mein Abenteuilsfeld. Alle in christlichen Zeiten findet ihr auf den Tafeln im Park. Ich bin auf der Esterbahnhof. Jetzt bin ich auf der Esterbahnhof. Ich bin auf der Esterbahnhof, der auf der Esterbahnhof ist, dass ich mich nicht mehr fahre. Ich bin auf der Esterbahnhof, der mich nicht mehr fahre. Das war's für heute. Komm und da rein! Woooo! Hey Ogie! Hallo! Hallo! Woohoo! Woohoo! Hallo! Houhe! Ciao! Wah sya! Wehh! Wahooo! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020